Wow, okay, da ist noch sehr, sehr viel drin am Leben. Wow, okay. Taktischer Rückzug wäre klug. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Das Feichion brauchen wir nicht, das habe ich mal aus Versehen aufgesammelt. Äh, da spielt. Komm, so niedrig ist der Endwert, nicht, dass du nicht den Weg zum Symbolus findest. Gut. Oh ja, kommt her. Jetzt gerade auf Teleport und noch mehr Gold. Gold. Town portal scroll, Gold. Okay. 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 So. Da liegt nur ein Bastardschwert rum, was nix taugt. Der fehlt das Cross of Town Portal. So, dann haben wir nur noch das obere Gebiet zum Entdecken und Erkunden. Okay. Treffen will auch echt gelernt sein manchmal. Ich meine, da habe ich schon eine 106% Hitchance und treffe trotzdem nicht. Oder schlage ziemlich oft teilweise daneben, weil der AMG einfach mich nicht lieb hat. So, Geld. Bisschen, letztes bisschen Mana, was wir haben. Verpallern. Oh, ein Colton. Okay. Danke, dass du sie für mich blockiert hast. Was ist mit dem? Intensity comes with the cost of wisdom. Hä? Das erhöht einfach nur mein Max Mana um 10. Okay. Gut, haben wir hier noch jemanden? Nein. Nein. Ein goldenes Amulett? Ja. Ja. Alles klar! Ja. 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 Ja, jetzt. Ja. Ja. So, wir haben dazu einen Stab. Jetzt heißt es erstmal mit Cain reden, der will dann uns sicher die Quest geben. Der Schleuch hat sich auf die Einzige, die nicht nur die Einzige, die sich nun wieder ausführen. Ein Schleuch hat sich jetzt schon ausgesprochen. Der Archbishop Lazarus, once King Leoryk's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the Labyrinth to find the King's missing son, Albrecht. Quite some time passed before they returned, and only a few of them escaped with their lives. CURSE ME FOR A FOOL! I should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the Archbishop turned to the darkness, or what his interest is in the child, unless he means to sacrifice him to his dark masters. That must be what he has planned. The survivors of his rescue party say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of this demented fiend. Ja, leider kommen wir dafür zu spät. Ah, Potion of Mana. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, was machst du? Hm. Jaaaa. Nein. Nur wieder was für unsere Sammlung. So, die beiden verkaufen. Wow, what can I do for you? Hast du noch was, was uns was bringen könnte? Stuff of Speed? Nö. Ring of Precaution. Schumpo of Vicar. Die 17 Magic wären... 25... Mana Punkte. ... Wow! What can I do for you? So, das wären noch mal 17 Dexterity mehr. Ja, das nehme ich gerne. Das nehme ich wirklich gerne. Aber den Ring, den behalten wir ebenfalls. So. Dann erst mal zu Edria. Ich versuche noch Full Mana und dann verkaufen wir. Golembo. Chain Lightning. Feuerhune. Teleport School. Das war es auch schon. Warte? Ja. Ja. Das ist jetzt bei Squads of Tauben. Okay. Jetzt brauchen wir noch. What ails you, my friend? Squads of Full Healing. Ja, eine zu viel. So. Überschüssiges Gold weg. Ja, alles mit ein bisschen Ordnung hier. Oh, ich sollte... Ja, reparieren gehen. Wow. What can I do for you? So, jetzt haben wir fast kein Gold mehr hier. Aber das ist egal. Ich bin jetzt nicht mehr. So, ich bin jetzt nicht mehr. So, zu dem unholy Altar. Das könnte jetzt lustig werden, weil hier sind ja immer drei Stück drin. Ich bin jetzt nicht mehr. So, erstmal alles aufdecken. So, das war vielleicht ein Fehler. Zierheiz um Pounden ohne vorher zu clearen. Ha, ich hab aber die Macht um die Ecke zu gehen. Gut, ihr habt Macht Türen zu öffnen. Ja. Na ja, ob wir jetzt heute den guten Ladsau was noch erledigen ist glaube ich fragwürdig. Legen wir erstmal noch die Soko Mia auf der anderen Seite. So. Na sowas selber ist ja nicht das Problem eigentlich. Das Problem ist eher die Armee die er noch bei sich hat. So. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.